hallochen und willkommen zurück bei let's play daisy ich muss jetzt kurz mal den franzose einschalten alle und willkommen zurück hier ist der famous famos und der gegenüber ist die sie ist doch die auch nur noch mal froh auf alle er hat seine es ist ein Weg für KK oder großen jetzt der Säger durch die Welt um Grund wenn es er als ein sehr stark und weil er auf das war auch finden ja oder sie uns ja wir gehen auch weiter looten daher nur gucken wohin welche Stadt welcher und schütteln oben ich bin bis da oben da geht es in dem linken Geräte ich meine das rechte man tut sich erst mal voll machst du nachher meine Dose auch gerade bitte auf dann ja irgendwie hoch er eigentlich nur Munition und der bücher Schöne top-equipped also und dann halt so gut essen und ich glaube da werden wir hier nicht fündig nicht mit Muni richtig ne ich glaube die Schöne ist aber auch wahrscheinlich oberst ist eine Jacke Schulrucksack noch mehr Pfeile die ich eh nicht benutzen kann weil die irgendwie nicht äh nicht nicht gehen mach mal Prozent rechtsweg auf die Pfeile mt und probiert anzuladen Tüter gibt es inspekt laut und spät ja und wenn du die Pfeile auf die Armbrust sich da macht er nichts nein macht er nichts hart hart aber herzlich ja hast du schon Pfeile in der Armbrust dritten? eigentlich nicht steht nicht zumindest da Servus Hi schreck dir mal die eine Dose die ich da hab hin mach's äh ich hab ein Gas Gas ist da aufgefunden also für den Gas und den Aussatz jede Menge Essen bitte danke ich pfeile für die Dose grad komplett rein also Trick und Essen haben wir hier en masse wenn ihr was braucht später ja ich hab mass hast du hier in dem einen Haus auch schon drin? ja da war ich schon drin da ist nichts gescheitert zu holen voll krass bist du grad am futternot das so jup bist grad schon nächste Tür? ja hey ich bin energized in dunkelgrün na immerhin ja hydrated hellgrün energizeit dunkelgrün und stuffed aber ich bin nur so gut nach drei Dosen und dann das Krankenhaus da oder? Zombie links auf der Wiese Zombie links auf der Wiese hallo verkaufen Hot Dogs sieht uns nicht oder? noch mehr zu essen juhu juhu trinken ja vom Loot technischen her habt ihr da oben halt richtig Glück neulich war es auch in der Sommel und Kruppe zu schrauben trinken also trinken essen soll man ja nicht mehr so haben wir es genug kürzeln ihr liegt ihr liegt ein Todespieler was wie wo o oben oder was o der zwei Pristine Kartoffeln die nehmen wir auch grad mit o 2 zwei brecheisen, wir brauchen brecheisen, Handschellen, wir brauchen Handschellen ne ich muss nicht brechen willst du auch so ein Gaskalister haben? den Rucksack würde ich mir dann nehmen ja nimm'schen ach der ist ruiniert ne Pfanne ah fuck da ist alles ruiniert, er ist erschossen worden ja, der hat ne Axt ne geworden, nimm doch die jo jede Menge trinken oh 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 wo bist'n du? ich hab mir grad ne Pfanne geholt jetzt fehlt nur noch Feuerzeug und dann kann man kochen, alter wo bist du? in den Gasdingern ist Gas drin auch, oder? wahlerweise schon, keine Ahnung ne, wo nicht also jetzt davor, wo waren wir bei den Häusern ja, wo die Tür aufhänge, war ich schon drin also oben ist nix mehr Tobi ja, wir luchten da einfach, wir treffen uns nach euch doch, nicht das hier irgendjemand kommt da vorne läuft sie doch ja, war ich schon drin? ne ganz ausgezogen, oder was? ne, mal gucken wir uns noch sogar schnapploder die steig ich von den Charikaten auch immer ooooh, Sechserhose, zwei Stück ja, nehm ich äh, ich komme esse ich doch grad mal naja haste? ja, habste genommen wo kann ich die Jansen? aber so lange kann es ja nicht her sein, dass es den hier erwischt hat ja kommt besser aus, ja sechserhose ne leider auch nicht da hab ich sexy Hose sexy Hose sexy Hose jetzt nicht rein was ist das? bandana, bandana chiquita na? na, blau da geht ja nicht für die Mosin, ne? oh man schnappblau da ich auch kacke, echt, wenn es für die Mosin sowas geben wird, dass da 20 Schüsse für einmal rauskommen könnte bam, bababam und dann bam, bababam gut abgehen, ey ja, das auf jeden Fall wir sind hier ganz allein naja, hier schau das sind nur so Schrothäuser da muss ich gar nicht reingehen doch esse ja, wir haben einen ganzen Rucksack gesprungen mit Essen 10er Rounds äh, hier ist nix mehr Thunfisch jeder Menge haha ja wie denn? ja wie denn? so la vida vida bin aber zu voll hier die Treppen hoch zu gehen you are getting wet you are no longer getting wet was haben wir? ja ich guck grad wie wir jetzt am schnellsten zu den anderen kommen wir gehen in die Hauptstraße wo wir oben die Siedlung hatten ja das ist das Problem ja das ist das Problem die Siedlung zu laufen ist zu hoffschweiß und dann rechts rüber ja, hallo hallo trinken das ist alles was mir anguckt ist hier damaged ich bin im ersten Fall sich interessiert ich weiß gar nicht wo du steckst ich weiß gar nicht wo du steckst ich weiß gar nicht ey da ist ne Tür auf ja ich laufe da aber die Tür ist weiter oben auf ja ich bin hoch gelaufen da 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 ist ein Spieler da ist ein Spieler da ist ein Spieler da ist ein Spieler Batterie und uns verfolgt ein Zombie Batterie ne boat flare na und und keine Musi Munition halt Mann hey Standbild nein hast du schon ne pristine Hose nein ich jetzt aber aber hier liegt noch mal eine deswegen aber schon eine pristine pristine muss er mit und schmeißen wir danach erfolgen ich habe kein platz alter sich du bist du ja da wo ich kann waren im haus ganz oben liegt die gesprungen bin ich grad ganz oben so weit hochlaufen warum warum machst du was mit mir muss schon nicht hä ich glaube im falschen haus ne ich war richtig black cargo pants aber schwarz ist gut wie gut aus so schwarz ist immer gut ich komplett in schwarz wenn der ist auch noch pristine ist das sind andere pants man hat hier nicht irgendwo Emulsion lügen wir können aus Erfield gehen können wir auch so aber wird ja gefährlich ja eben man es wird so oder so gefährlich aber so ja aber haben sie ja vorher gesehen ein Glitchhacker und schmeckt Piste mhm jetzt wollte ich die schon hauen wenn einer von hinten angeschlichen kommt übel gell voll uncool hey sicher du bist eine sicher ich glaube hier werde ich nicht den high loot finden ne wirklich nur viel viel essen standard sachen ja aber wenn du frisch anfängst den standard sachen auch schon lebens retten ja wo es auch immer holen wir so einfach mal dahin gehen oder nun erfüllt wenn ich noch ein bisschen umstöbern was will schon noch gucken man besitzt 20.000 Häuser durchgegangen er dritten lassen ich bin vorliegt aber vielleicht dass er nur noch verliegt deswegen und ich bin schon mehr ja weiß ja nicht ja in der polizeistation war ich ja schon ich hab ja die musik gefunden mit einer flair nehm ich mal mit da kommt bei uns ist ein dreck geschossen ey bei uns ist ein zombie ich hab grad gesehen er hat uns gesehen links drüben auch einer hallo hallo walking boost sich die an er hat dann zickzack hier essen 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 ey nur schrotflintenmonie echt wenn es mitfecht ist irgendwo eine rotflinte schrotflintenmonie wurde aber häufiger wie was die schrotflintenmonie die finde ich voll auf egal wo wo sind schrotflinte 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 ganz oft ja und werden die hier abkotzen können aber ist ja egal hier ist nochmal eine schule wo ich geh grad dahin berg nur wie runter hoch berg hoch 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 Antibiotika auch hier oben schrotflinte also wenn jetzt hier nichts ist da könnte da liegen ja auch manchmal Waffen drin die schule ja hallo irgendwie hier das war jetzt drei räume für den arsch hallo wejon ich hab keine schule sondern doch Hinge Schule defi defi mich verarsch'n dass der einfach nichts gibt außer defris absolut gar nicht Wie geht's dein Energize, Malle? Mein Energize ist noch dunkelgrün Toll Mein Hitwated noch hellgrün Bei dir? Unnötig Und dunkelblau saugt Ja, das auch Ist es noch weit? Ich bin nice Ich muss ja kurz was essen und trinken Trink Kluck 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 Also quer quer fällt ein wäre unser Weg jetzt bis zu dem Punkt wir heute Abend gestartet sind Zwölf Minuten Aus Dreieinhalb Kilometer Dreieinhalb Kilometer Wohin? Nun? Ja, dann gehen wir als Erfield, oder? Echt? Wenn ihr uns entgegenkommt, dann treffen wir uns Erfield Da sind wir nämlich auch demnächst Oh, Zombie Ohne Waffen Jaja, da wird schon keiner sein Ein mit zehn Spielern auf dem Server Ja Ich bin jetzt vor einem Polizei Station Gar nix dran Ohne dahin ífic 3 Bist du nur r perd Osman Das ist ein Popelhaus. Hallo Fußballfeld. Hallo. Hallo. Hallo Isis. Hallo. 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 Da war es schon überall drin, weil hier alles auf ist. Okay. Man war es ja nie bei dir. Ab geht's. Bist du da? Bist du da? Ab durch die Hecke. Ab durch die Hecke. Ab in den Urlaub. Dacht wir machen hier keine Schleichwerbung? Nein. Nein. Niemals. Niemals. Aber zum Airport ist auch noch so ein langer Weg. Na, das geht nicht lang. Rechts hier, komm. Das ist doch ein Gebäude links da oben, Tobi. Da habe ich nichts auf der Karte. Der scheint auch eine Burg zu sein oder sowas. Okay, naja, da gehen wir nicht hin. Ich habe zumindest mal keine Icons, dass es da irgendwas geben würde. Das sind Gebäude. Aber viel mehr zeigt es mir nicht an. Yay. Ach, ich habe so lange noch einen Krampf im Finger. Mhm. Wieso denn das? Wieso machst du das? Er rennt, er rennt. Er rennt. Ich habe so lange wieder Farbe im Spiel. Ich bin begeistert. Bist begeistert? Ich bin entzückt. Ich bin entzückt. Entzückt. Entzückt bin ich. Terminieren. Das ist immer noch echt hochgelaufen. Ich habe mir jetzt auch gerade gedacht. Lauf dir unter der Eisenbahnbrücke durch, oder? Nö, wir wollten eigentlich genau denselben Weg laufen wie vorher. Irgendwie. Wir sind vorhin unter der Eisenbahnbrücke gedrückt. Genau deswegen frage ich. Nein. Ah doch, der ist immer hochgelaufen. Jetzt kommt das Cafo, wo doch der Supermarkt ist, oder? Jo, Supermarkt und eine Polizeistation. Und rechts runter geht es dann zum Airfield, oder? Richtig. Oder halt so, so rechts hoch. Richtig. 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 Das ist doch super. Es sind noch zwei andere außer uns auf dem Soho. Wow. Eigentlich. Machen wir links in den Ort, oder? Ja, aber wahrscheinlich. Hm? Machen wir links in den Ort. So wie unser Glück ist. Ich würde sagen, wir flitzen gleich weiter zum Ding. Das sind sicher Hacker. Knaphacker, die hacken sich zu uns, ne? Ja. Sind wir dort? Gehen wir Richtung Supermarkt, dort vorne. Sind wir dort? Links, ne? Müsste. Hast du einen Zombie? Ja, den einen habe ich. Der andere ist hinter dir her. Okay. Ich habe eine rote Kette. Ja, ich auch. Jetzt mal hier in den Supermarkt rein. Der kommt hier her. Der kommt jetzt rein. Ja, sehen. Sollte ja rechts in den Erfield kommen, oder? Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Obanake! Da sind wir schon. Wir gehen auf Kühnhorin in die Polizeistation. So. Da sind wir dabei. Einfach drauf zustürmen. Könnt ihr mal sichern, wir sind ja auch gleich da. Vielleicht liegt ja dann ein bisschen was für uns rum. Ihr habt ja schon einiges. Nein. So klammer nicht. Nein. Polizeistation ist auch nicht offen. Also gerade die wichtigen Sachen haben wir eigentlich nicht. Essen und trinken. Essen und trinken. Der scheiß Franzose ist schneller als ich. Okay, die Eingangstür war offen. Alle Türen drin sind zu. Auf geht's! Auf, auf und davon! Auf geht's! In das... Hast du auch schon Axt, gell? Als Zombies kommen. Ja, die Tür hier unten ist auch offen. Egal, auf Zombies. Können dich beißen. Okay. Das ist ein Suarez. Hm. Ja, schau's mal hier. Ich hab Kiwi und ich hab 88 Prozent Rindersteg hier. Wow. Rindersteg? Hat einer gekocht in dem Fall. Schätzbar wird er auf dem Weg zum Flugplatz gewesen sein wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, da kriegen wir auch Besuch. Na ja, hauen wir weg. Hauen wir weg, der Dreck! Aber wenn deine Waffe hat, haben wir verloren. SKS? Ja. Da komm ich hin, da hab ich vier Schuss noch für. Wollen wir direkt drauf, oder? Na ja, was sollen wir machen? Na ja. Haben wir ja nix. Der Crossbow lässt sich ja nicht laden. Du hast keine Muni für deine Waffe. Yeah! Besser kann's nicht laufen. Also ich komm mal Richtung Polizeistation. Ja. Ja doch, wir könnten Munition haben und deine Waffe könnten auch laden. Das ist besser. Keine Zombies. Keine Zombies. Leg die ganz oben, oder wo? Ja, oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach, okay. Ich komm rein. Wir können auch Axtmörder spielen. Axtmörder? Hier rum? Ich. Ja, das darfst. 1A, ne? Unten ist auf, oben ist auf. Na, so klar. Da hab ich jetzt mal vier Schuss drin. Hier mal meine Axt in die Hand. Hier mal meine Heulgabel in die Hand. Das aussieht. Äh, warum schleicht meiner jetzt? Wenn ich lauf mich. Wenn ihr dich schon, Mensch. Alles auf, ja. Oh. Unten ist aber zu. Hä? Ein Messer. Jetzt wieder so ein hessischer Kitscher hier hoch. Wir vermachen uns jetzt auch auf den Weg zum Flugfall, oder? Wird ich sagen, ja. Oh, ein kleiner Schulrucksack. Den nehme ich doch mal mit. Immerhin. Nee, besser als gar nichts. Ein großer Rucksack. Nee, mit einem Iglu drauf. Oh, schön. Mit Eisbär? Nee, nur Iglu. Wie viel großer Rucksack? Ich? Wenn du Orangen rollen. Das ist Wayne. Halt doch du schon, ja. Nur Orangen, na. Ich will keine Orangen. Nee, über den Friedhof drüber. Ja, ich bin hinter dir nur ziemlich weit weg. Moment. Alles aus Orangen. Ich krieg die Cola da hinten nicht. Jetzt pisst's aber in Ströme, ey, du. Also Muni gibt's hier. 22 Arounds. Und mass. Hm, jetzt sind wir da bissl mehr aufm Server. Na super. Kommt sicher gleich einer hoch. Macht ihn zu kaputt. Das hat was geschossen. Echt? Ja. Na super. Wir waren es nicht. Nee. Ja, was sollen wir jetzt machen? Wir sollen hier weg, hä? Hm. Geh mal, ja. Das ist egal. Du musst zurück. Nee, warte. Also. Jetzt haben wir los, hä? Ja, wenn, wenn jetzt nicht ein Soundpark war mit einem Schuss. Nee, das war wirklich ein Schuss. Also das war... Ja, auf uns oder? Ja, auf uns oder? Ja, auf uns oder? sonst hätten es ja das weiß ich nicht aber dann laufen wir hier weg oder wir laufen es gerade richtung er fehlt wir laufen jetzt hier weg vom erfüllt wenn er in schluss welche richtung ich habe auf jeden fall in schluss gehört auf jeden fall ok in der treffen uns am brunnen achst rein los geht's glaubt da vorne lauft ihr oder laufen ja da sehe ich gerade jemanden laufen ja da sehe ich zwei von euch das sind dann ihr das sind dann ihr ja zwei von euch ja sorry verwirrt und da Nummer zwei rechts sind zwei spieler ja das sind wir und da ist noch ein spieler nirgendwo eine roten Hut gar nicht auffällig 9 wieder vereint eee wir sind wieder vereint hat bloß 2 zweieinhalb folgen gereiht er gebraucht die oder wir sagen das war es mit dem part für heute wir sehen uns im nächsten part wieder lasst eine bewertung da und es geht dann weiter bis zum nächsten mal tschau 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 bis zum nächsten mal oh Untertitelung des ZDF, 2020